Ein Tag im Leben eines Spielentwicklers. Morgens habe ich erstmal ein paar Bugs im Herr-Anwalts-Spiel gefixt. Es hat die Leute gestört, dass die Gegner so rumglitschen. Deswegen vergessen sie euch jetzt, wenn ihr längere Zeit über ihnen steht. Dann gab es erstmal ein krasses Frühstück. Ich sollte Foodblogger werden. Danach habe ich ein paar Bugs für Spider-Daw gefixt. Und noch mehr Bugs im Herr-Anwalts-Spiel. Irgendwas stimmt mit Siley nicht. Damit ich auch mal was anderes machen kann, habe ich als nächstes ein neues Level gebaut. Stay hydrated. Mit Testen und so dauert das ca. 3 Stunden. Zwischendurch gab es noch einen Camembert-Burger und ein Spaziergang, weil ausnahmsweise mal die Sonne schien. Yeah. Als ich mit dem Level fertig war, bin ich dann auch ziemlich Matsch im Kopf gewesen. Programmieren geht so nicht mehr. Deswegen habe ich als letztes noch die Audio für mein nächstes englisches Video aufgenommen. Und das war auch schon...